ich freue mich dass ihr alle wieder eingeschaltet hat bei platzflash survival denn heute gibt es was zu feiern es ist so dass ich in den letzten paar tagen die magische marke von 444 abonnenten geknackt hat und normalerweise feiern youtube kanäle natürlich glatte 400 oder glatte 500 abonnenten aber ihr wisst ja bei platzflash survival ist alles ein bisschen anders deswegen feiern wir gemeinsam diese schnappszahlen und aus dem grund gibt es natürlich auch eine fette giveaway box es ist noch kein weihnachten aber ich freue die ersten geschenke raus und ja wenn ihr wissen wollt was da drin ist dann bleibt kurz dran jetzt geht es los mit dem giveaway 444 ich habe mir für euch ein paar gegenstände überlegt die ihr sowohl in eurem edc als auch in eurem rucksack für die natur mitnehmen könnt und wir fangen gleich mal an wir haben hier zum einen gehen wir vielleicht erst mal ein bisschen in den edc bereich eine power bank und dazugehörigen charger also im prinzip hier das micro usb ladekabel und ihr könnt das ganz normal an eurem handy ladegerät anschließend an den charger anschließen kann im netzteil dann haben wir hier ss saufen ohne sinn ein flachmann kann man sowohl in der stadt mit sich führen als auch an einem schönen lagerfeuer abend als kleinen gag mitnehmen dann haben wir hier original light my fire ein spork oder göffel praktischen kombiniertes essbesteck leicht zu reinigen und prozent lebensmittel echt also müsst euch da keine sorgen machen wegen der farbe oder irgendwas qualitätsprodukt stylisches blau dann haben wir hier kinspan neu deutsch englisch auch als fett wird bekannt das heißt es ist im prinzip ein stück holz was aus einer harzader stammt aus dem wurzelwerk oder wurzelnahen bereich des baumes und da kann man halt späne abschaben und hat dadurch einen sehr guten zunder ein messer black widow öffnet automatisch per knopfdruck aus diesem grund ist das giveaway ab 18 jahren wenn du keinen nachweis erbringen kannst dass du wenigstens 18 jahre alt bist dann kannst du das giveaway nur ohne das messer kriegen oder es muss halt an deine eltern verschickt werden so hat übrigens hier hinten noch eine sperre kann also dadurch verhindern dass es aufgeht oder wenn es offen ist und ich drücke hier dagegen kann ich verhindern dass es zugeht das messer fällt unter das führungsverbot nach § 42a waffengesetz das heißt du darfst es besitzen aber auf der straße im öffentlichen raum nicht im zugriffsbereiten bereich führen also nicht in deiner hosentasche nicht in dem gürtelholster sondern nur in einem verschlossenen gefäß möchte ich vorsicht halber noch mal sagen ja da ich ja immer sage kinder in den wald sollst du natürlich nicht alleine gehen nimm deine belger mit und deswegen gibt es für die ein kleines victorinox taschenmesser so habe ich auch angefangen damals hier sind praktisch nur die basics dran also ein messer dann dieser kombinierte dosen und flaschenöffner kann man auch gleich mal lernen die man die erste fertignahrung im wald aufmacht und aufs lagerfeuer stellt und ja da ist noch ein kabel ab isolierer mit drin und du kriegst einen zahnstocher und eine pinzette die sind jetzt hier gerade draußen die alten teile denn du kriegst die mit neuen ersatzteilen also neuen zahnstocher und neue pinzette aus hygienischen gründen und last but not least der allseits bekannte und überall beliebte platz durch do it yourself zunder sozusagen also die wattepads mit wachs getränkt die eine super lange brenndauer haben und mit denen du extrem gut feuer ankriegst einfach auffächern die flauschige seite von innen nach außen kehren lässt das ein funken fangen und es brennt und schon läuft dein feuer bonissimo also das sind die geschenke im giveaway und jetzt kommen natürlich zu der teilnahmebedingungen du kannst mir einfach irgendein video machen und kannst im prinzip ja eine v a sozusagen die video antwort auf das giveaway machen einfach mit dem begriff platzherrsch 44 abonnenten oder v a für platzherrsch und dann nimmst du praktisch automatisch teil ja und unter den teilnehmen wird im prinzip ganz normal ein lostopf gebildet und dann wird einfach der name gezogen und derjenige ist dann halt der glückliche gewinner also ich freue mich wenn möglichst viele von euch mitmachen und ja wenn euch das kleine giveaway gefällt gebt einen daumen und falls ihr noch keine abonnenten seid abo drücken und alarmglocke dass ihr merkt wenn neue videos rauskommen dass ihr auch zukünftige aktionen und giveaways und natürlich auch den ganzen anderen content einfach nicht verpasst also ich freue mich drauf macht's gut bis dann ich bin aus euer platzherrsch